gefunden? Wo sind die Kinder? Die hab ich ins Dorf geschickt. Die bringen dem Kaufmann die Einkaufsliste. So spät noch? Hast du heute was gefunden? Ein paar Bleche. Nicht sehr groß, aber dafür kaum Rost. Ein paar Bleche. Wie lange, glaubst du, sollen wir davon leben? Ich werd schon was finden. Ich mein das ernst. Wenn du nicht bald mal endlich was richtig Großes findest, dann werden wir hier noch alle verhungern. Diana. Hallo, Papa. Hallo. Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Was ist das? Es ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh. Wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Es ist nicht meine Schuld, dass es vorher schief gegangen ist. Deshalb darf jetzt nichts mehr daneben gehen, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertrauen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast. Also, ich mache das. Oh, wo ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020